Zur Saison 2009 präsentiert EureMobil sein Premium-Produkt, den Integra 850 mit Queen's Bed. Hochwertige Alko-Chassis verleihen der Oberklasse einen unvergleichlichen Fahrkomfort. Holzfreie Bodenplatten aus GFK schützen vor Feuchtigkeit und Steinschlag von unten. Anmutende Formteile bilden das übersichtliche Fahrerhaus. Der riesige, winterfeste Doppelboden glänzt mit hoher Funktionalität. Im Möbelbau vereint EureMobil beste Qualität mit klassisch modernem Design und hoher Stabilität. Die serienmäßige Warmwasserheizung sorgt für behaglichen Wohnkomfort. In unserer modernen Fertigung bauen wir für Sie die Klassiker der Reisemobilszene. Der holzfreie, 40 mm starke Aufbau aus GFK Verbund garantiert absolute Isolationswerte. Ein ausgeklügeltes System von Aluprofilen verbindet die Teile des Aufbaus. Auch das Dach wird mit Kantenprofilen verklebt. Kontrollbohrungen garantieren einen optimalen Eintrag des Spezialklevers. Moderne Arbeitsvorrichtungen sorgen für den präzisen Einbau. Nur noch die eleganten Buschpiegel montieren und die Probefahrt kann beginnen. Gleich überzeugt der Panoramablick durch die große Frontscheibe. Mit seinem Edelstahlkühlergrill und der großen Frontscheibe wirkt der neue Integra edel und dynamisch zugleich. Seine Urlaubstauglichkeit beweist die neue Oberklasse in den heimischen Weinbergen. Der Besitzer zeigt mit seinem Fahrzeug eine selbstbewusste, aber nicht arrogante Art des Reisens. Das leichte Handling des neuen Integra überzeugt auch die Damen. Das Panorama-Sunroof und der massive Rollladen sorgen für eine wohnliche Atmosphäre. Im Innenraum dominiert gediegene Eleganz statt protziger Glitzerwelt. Die Polstermöbel verkörpern einen Raum zum Wohlfühlen statt einen erdrückenden Prunksaal. Elektrische Hubsitze mit Lordosestütze und Sitzheizung sorgen für unvergleichlichen Komfort nicht nur beim Fahren. Eine durchdachte Winkelküche sorgt für das leibliche Wohl auf Reisen. Massivfalz-Applikationen zeigen gestalterische Eleganz und unterstreichen die handwerkliche Qualität des Euromobil-Möbelbaus. Die Ambientebeleuchtung setzt Design und luxuriöses Interieur ins rechte Licht. Das große Queensbett mit super bequemem Einstieg dominiert das geräumige Schlafzimmer. Gleich neben dem Bad die super feine Schminkkommode. Das Korean-Rundwaschbecken und das Keramik-WC sorgen für Luxus im Sanitärbereich. Und eine effektvolle Beleuchtung macht das Bad zur Erlebniswelt. Eine feste Tür trennt das Schlafgemach vom Wohnraum. Spiegelwände und funktionaler Schrankraum verleihen dem Bad eine großzügige Eleganz. Die separate Dusche für höchste Ansprüche. Hausruhen in einer Wohlfühlatmosphäre vom Feinsten. Kurz gesagt, königlicher Luxus in einer neuen Dimension.